Frosje Ramseier, heute 9. Runde gegen Ruedisbach. Gestern Tiptop lanciert mit dem Nachwuchs. Wie ging es heute? Heute ging es Tiptop. Die Wettmannschaft war problemlos. Es war eigentlich nicht gefährlich. Es war Tiptop zu schauen. Bei uns vorhin wurde alles einwandfrei gesiegt. Hinten konnte man es auch wirklich gut. Wie sieht es am Schluss punktmässig aus? Ruedisbach hat 906 Schlagpunkte und wir haben 1228 Schlagpunkte. Das hat für uns 322 Punkte mehr. Ein deutlicher Sieg. Wie kam es der Stand? Wir hatten eine extrem hohe Trefferquote. Wir hatten ca. 70% Treffer. Dadurch kommt ein schöner Resultat. Du hast heute 30 mit 79 Schlagpunkten genommen. Bist du zufrieden? Ich bin sehr zufrieden. Ich konnte endlich um es vier zusammenheichen. Und ich bin Tiptop zufrieden. Danke vielmals weiter. Sicher eine herzliche Gratulation dem Bär, der heute 4 hat genommen. Tiptop.